Jo Leute, was geht ab, mein Hashcode zu diesem Video, heute reden wir über diese Falsche Spinner und zwar, die Falsche Spinner gibt es jetzt überall zu kaufen auf dieser Welt, ich glaube diese Dinger gibt es schon 3 Monate, 3 Monate und das sind halt für Tricks oder so, oder für die Nerven und für die ADS Bekämpfung, die natürlich ADS haben und Leute, kauft euch diese Falsche Spinner, die sind mega heftig, auf jeden Fall Leute, kauft euch die Falsche Spinner, die sind mega heftig, auf jeden Fall Leute, kauft euch die Falsche Spinner, und wer den letzten Kommentar in den Kommentaren geschrieben hat, dann werde ich das verlosen und dann wird ihr sehen, wer diesen Falsche Spinner bekommt, weil ich brauch den gar nicht mehr, weil es wird die Zeit langweilig, wenn man die ganze Zeit nur dreht und dreht und dreht, also Leute, kauft euch diese Falsche Spinner, die gibt es jetzt überall, zum Beispiel in Schulen, in Schulen sieht es sowas, wie die Leute einfach damit umdrehen mit einem Unterricht, in der Schule ist eigentlich strengst verboten, Leute, nimmst nicht mit zur Schule, weil sonst wird das das ist nämlich abgezogen, Leute, aber Leute, kauft euch die Falsche Spinner bei Amazon für 1 Euro, und Lichtenberg in den 40 Zentner, kostet es 5 Euro, 5 Euro, und habe ich mir halt geholt, also von der beste Freundin bekommen, und ja, ich wollte heute einfach mal noch ein Video machen, für mich wegen die Falsche Spinner und so, und ja, ich würde sagen, bei 10 Likes, Leute, bei 10 Likes, kommt euch das nächste Video, oder so, und zwar das süßte Getränk, Leute, also, das 10 Likes da, wenn ihr 10 Likes da gelassen habt, dann wird ihr auf jeden Fall sehen, und ja, also Leute, kauft euch diese Falsche Spinner, die sind eigentlich mega cool, man kann auch nur Tricks machen, zum Beispiel mit der Nase, so, oder wie Kopf, oder Finger zu Finger, balancieren, und ja, Leute, kauft euch diese Falsche Spinner, wie kauft sich das noch so, Leute, schreibt bitte in die Kommentare, ob aus dem Video noch rauskommen soll, und ja, ciao, tschüss. Ciao, tschüss.